Norddeutscher Rundfunk 2021 Jürgen, da bist du jetzt im Gasser. Ich mache mich gleich auf Valet. Ich habe mich gleich auf! Ich habe es heute ungern selbstständig. Verschätztes den Kundenkontakt. Das ist der Job. Aus Kundendiensttechniker, die über das Essen gelernt sind. Melde dich bei uns. Die córkein ist in der Verwaltung. dass Sie hier unterhalten werden. Er hat einen Ereignis gegen unsere Pferde, dass Sie hier unser Pferde haben. wenn Sie hier in der Chancen mit der Pferde, Die Anzeigenis gegen Ihre Katzen ist. Vielen Dank.